... 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 Herr Frank Heinzel, er hat natürlich von meinem Wunsch dran gehört, er hat gesagt, ja Sandro, weißt du was, dir scheiß ich was, jetzt gehe ich erst mal in Führung, er ist jetzt auf dem Platz ein, Automatenführung, jetzt macht einen weiteren Satz von an dieser, diesen Kämper. Kämper, Kämper. Kämper, Kämper, Kämper. Kämper, 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 Kämper Auf einer jetzt sicheren 6. Platz von Ibus H3 und Andreas Wieniger Jawoll! Aber Wolfgang Wieniger war ja auch schon ein sehr, sehr guter und erfolgreicher historischer Autocross-Pilot. Ein Andreas Wieniger, das ist der Platz, der nicht mehr kommt. Wo fährt es? Das ist doch geschwächt. Genau. Da haben sich die Jungs, da haben sich die Jungs dieser Kasse geschockt. Was die Kasse hier kam? Das kennen wir auch. Kennen Sie der Diesel-Kämmer noch von denen? Hat sich hier vorbeigedritten. Auch Wolfgang Wieniger jetzt an Ibus H3 vorbei. Ja, meine Herren, geht es jetzt auch hin. Diesel-Kämmer einzuführen. Haben wir nicht unter Augen gesehen? Ich will nicht halten, die mobilen von SOS schon mal wieder zu machen. Diesel-Kämmer füßen uns die Probleme auch. ... die Sabrina Straub, AP, die Suzuki, Haya-Busra, Motorradmotor abwenden. Ja, nein, zwei. Setz da bei der Frau die Polomotor an. Ja, ja, auch wie das Fahrzeug aufgebaut wird. Und die Wartensitzung noch nicht mehr. Dieselcamper vorliegt. Martin Virst, jetzt sind wir mal in den Abreisen. Und dann haben wir hier den Platz nach Hause noch. Und dann haben wir das. Alle Einzelnen, die wir das haben, das haben wir schon in die Martheit. Dieselcamper gewinnt ist auch Martin Virst. Ja, ja, ja.